Grüezi, Salli und Hallo! Die Rockti aus dem Vivarium ist wieder da. Als allererst möchte ich allen, die mir im Vivarium schon mal eine Besiegelung gemacht haben, herzlichen Dankeschön sagen. Es hat mich riesig gefreut. Vielleicht hast du ja bei diesem Besuch auch herausgefunden, welches Tier an sich der Hütte vorstellt. Er zielt, trifft und frisst. Es ist der Schützenfisch. Der Schützenfisch ist ein richtiger Revolverheld. Wie mit einer Wasserpistole schiesst er mit einem scharfen Wasserstrahl auf Fliegen, Heugumper, Grillen, Ameisen und andere Insekten, die nichts ahnend auf Ästen und Pflanzen sitzen, die übers Wasser hängen. Das troffene Insekt fällt dann natürlich ins Wasser. Und der Schützenfisch muss es nur noch blitzschnell schnappen und abschlucken. Viele Schützenfische sind so zielsicher, dass sie ihre Beute aus bis zu 2 Meter Entfernung treffen können. Wenn du dir vorstellst, dass ein ausgewachsener Schützenfisch nur gerade etwa 20 cm lang wird, dann ist das also eine ungeheure Leistung. Schiessen die Schützenfische im Vivarium ihre Beute jächtst auch von den Nestern runter? Dani, du bist Tierpfleger im Vivarium. Wie geht das bei euch? Bei uns ist es eine spezielle Situation. Unsere Schützenfische leben in einem Aquarium, wo man sich vorstellen muss, nur halb gefüllt ist. Das heisst, unten ist das Wasser in der unteren Hälfte, wo die Schützenfische leben. Und oben ist Land, also Pflanzen. Und dort haben wir auch einen Ast. Und auf diesen Ast ziehen wir dann die Insekten drauf. In unserem Fall sind das Grille, also das Futter für die Schützenfische. Und die schiessen sie dann vom Ast weg. Und wie bekommt denn der Schützenfisch so einen satten Strahl? Das macht er ganz speziell. Also für das braucht er seine Gaumen und seine Zunge. Und mit denen zwei Sachen bildet er wie ein kleines Röhrchen. Und dann nimmt er Wasser ins Mühl und drückt ganz schnell die Kiemen zusammen. Und dann presst er das Wasser durch das Röhrchen zum Mühl aus. Und das kommt also wirklich hart und zackig schnell aus dem Mühl raus. Dann schiesst man die Grillen ab, die hat gar keine Chance. Die fliegt dann hoch und bogen davon. Und dann muss er aber ganz schnell presieren, dass er sie auch verwischt. Weil gerade bei uns im Aquarium ist natürlich speziell, dass in einem Baden drin Schützenfisch. Und die wissen natürlich alle, jetzt ist das grosse Schiessen und jetzt fliegen Insekten ins Wasser. Das heisst, der, der geschossen hat, muss weniger presieren, dass er sie auch verwischt. Und statt der Bech hatte, hat sie den Kollegen geschnappt. Nur hat er dann vielleicht das Glück, dass wenn der Kollege schiesst, dass er dann dem seine verwischt. Und so haben auch wieder alle eine. Was aber noch dazukommt bei den Schützenfischen, was noch lustig ist, sie müssen es lernen. Also sie können das gar nicht am Anfang, wenn sie jung sind, müssen sie es lernen. Und auch Schützenfische, die gar nicht anders gefüttert worden sind. Weil sie fressen auch wie ganz normale Fische, Sachen, die im Wasser rumschwimmen. Und wenn man ihnen nicht mehr solche Sachen geben hat, über längere Zeit, dann verlieren sie das mit dem Schiessen. Dann brauchen sie einfach wieder einen Moment, bis sie es können, wenn man dann wieder Insekten füttert. Oder was man machen kann. Man kann sie mit Kollegen zusammentun, die das schon können. Und dann geht es schneller, bis sie es wieder machen. Und Dani, bist du auch schon mal in der Zielgerade gestanden vor so einem Schützenfisch? Das kommt immer wieder einmal vor. Und zwar ist es so, also mir ist aufgefallen, dass die Schützenfische vor allem darauf reagieren, wenn sich etwas bewegt. Also wenn sie ganz fest Hunger haben, und es bewegt sich irgendetwas, wo sie sehen, halt irgendeine Bewegung nicht mehr sehen, dann schiessen sie einfach mal drauf los. Es könnte ja sein, dass dann etwas für sie auf den Abend fällt. Und wenn ich jetzt von oben rum und ich schaue in das Aquarium rein und sie haben gerade Hunger, dann schiessen sie auch einfach mal drauf los. und dann hätte sie es schon warmer verwendet. Das passiert halt auch. Ist aber nicht weiter tragisch. Man wird einfach nur nass. Dankeschön, Dani. Übrigens, Schützenfische sind in den tropischen Gebieten in Asien zuhause. Man trifft sie dort an, wo die Flüsse ins Meer fliessen. Also Süsswasser ins Salzwasser fliesst. Schützenfische fühlen sich also im Süsswasser und im Salzwasser wohl. Das nächste Mal hören wir dann etwas über einen Klon. Ich meine aber nicht den Zirkus, wo Burzelbäume macht und lustige Streiche spielt. Der, wo ich meine, lebt auch im Wasser und sieht speziell farbig aus. Orange, Weiss und Schwarz. Eben, wie ein Klon. Also dann. Tschüss und ein herzlicher Grüße an alle rundum vom Okti in unserem Vivarium. sven. who od und